Speistige Reiste reisen selten bis Elba Na macht es euch halt selber Hallo mein Name, ich bin gerade wieder mit den Jungs im Discord Und ich habe es glaube ich hingekriegt das zu replizieren Jetzt nach 2 oder 3 Tagen basteln Ich muss noch wissen, heute überhaupt Sonntag? Ich glaube Montag ist jetzt schon... Ja Montag, nee Sonntag So, pass auf, ich will euch mal was zeigen Ich habe es gerade den Jungs gezeigt, wir klemmen jetzt an Und ich habe die Spannung vergessen an zu klemmen Wir sind jetzt bei 11,8 Volt und 450 Milliampere So, ich habe jetzt mal schnell das Kabel herangemacht Also 11,77 Volt und 500 Milliampere Jetzt klemme ich in meiner Schaltung hier Joule Tief etwas um Gehen drauf Es zieht mehr Aber wir haben eine höhere Spannung Wie geht denn das? Na also das ist ja signifikant Ich kann jetzt auch mal das Licht ausmachen Das ist auch ordentlich hell Jungs Jetzt sind wir komischerweise, guck mal es ist auf 600 gefallen Das ist aber noch signifikant 12 Volt Also über 12 Volt Wenn ich jetzt hier wieder umklemmen Aber da hocke ich kurz... Ach nee, wir haben das Kameralicht Das müsste reichen zum umklemmen Ach das ist ja krass Oh, ich rieche gerade der Transistor wird in dem Fall warm Aber gut, das müsste halt ein bisschen abge... Zack! 11,7 Auch bei 600 Milliampere Auch bei 600 Milliampere Und wenn ich jetzt wieder umklemmen Gut, es ist ein bisschen dunkler Achso, jetzt muss ich das wieder hoch schwingen Zack! Habt ihr es gesehen? Obwohl es jetzt... Alter, krass! Müsst jetzt noch mal abgestimmt werden Der Transistor wird ein bisschen warm Bei... Ist das überhaupt ein Transistor? Ja, Transistor haben wir jetzt Krass, hier sieht man es Leggo Mio Das ist quasi das hier Ein bisschen größer Hier Da ist die Bude hell Guckt euch das an Ich weiß, es fällt schon Keine freie Energie, nichts Aber das ist schon signifikant, denke ich Wir können jetzt nochmal umklemmen Ja, das muss sogar bei 11,7,2 Jetzt klemmen wir nochmal um 11,9 In dem Modus Jetzt müsst ihr gleich Anschwingen Zack! Also ich mach nichts Mit der einen Hand halte ich hier die Kamera Krass! Ach das ist echt krass, Jungs, guck mal Will mal so, will mal so, ne? Geil Hauptsache auf Bild, auf Kamera hier, ne? Der Effekt von den kleinen Dingern hier Da muss ich glaube ich auch mal ein Update machen Also dann können wir die Schaltung Theoretisch schon mal raushauen Den Vergleich, weil hier ist jetzt, ihr seht Sie wird mal hell, mal dunkel Ich mach hier nicht Die eine Hand, die hält meine Kamera Mal gucken, ob es jetzt nochmal geht Das muss ich kurz umklemmen, weil der eventuell zu warm ist Ne? 11,7,3 600mA Wir klemmen nochmal um, in der Hoffnung, dass es nochmal geht Hier ist meine Hand Zack! Seht ihr? Schwingt von alleine hoch, das mach nicht Die andere Hand hält ja die Kamera, ne? Haha! Geil!